Mist, schon wieder mehr Abos, wie ein Abo-Special. Und das immer, wenn ich gerade keine Videos mache. Die Leute wollen einfach, dass ich aufhöre. Alfred Yodokos Quack. Alfred Yodokos Quack. 130 Abo-Sada. Da kann man sich... Was kann man sich davon kaufen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, Gamelius, weisst du das vielleicht? Na ja, dann weiß ich es aber auch nicht. Wer hat den Karottensaft geäxt? Wer hat den Zitronensaft geäxt? Wer hat den Sauerkrautsaft geäxt? Wer hat den... Äh... Das sind die 130 K. Das sind die 130 K. Das sind die 130 K. Mit K meine ich Zuschauer.